So, hallo Kalia. Hallo. Herzlich willkommen in unserer ersten digitalen Runde und auch dein erster Schritt in Hexen 1733. Ja, was kann schon passieren? Ja, du hast ja gerade schon angekündigt, du bist ein Pen and Paper Profi. Total, aber sowas von. Oder auch nicht. Aber das kriegen wir, glaube ich, schon ganz gut gewuppt. Also, was ist Hexen 1733? Das ist ein deutsches Spielsystem. Es spielt in unserer Welt 1733, ganz überraschend, wie der Name sagt. Es gibt nur so leichte Veränderungen. Auch da, der Titel spricht schon ein bisschen Wende. Es gibt diverse Fantasiewesen, die ein Tor zu unserer Realwelt gefunden haben. Also, es gibt Hexen, es gibt Werwölfe, es gibt Vampire, Alben und dieses ganze schöne Kropzeug, was noch so drumherum ist. Dämonen und Co. Und die haben halt auch so ein bisschen für Unruhe gesorgt im Europa des 17. Jahrhunderts, als aus Versehen so ein kleines Höllentor geöffnet wurde. Und jetzt ist es so, dass halt gewisse Regionen oder teilweise ganze Reiche unter der Herrschaft, weiß ich nicht, eines Vampirfürsten stehen oder ein Wehrwolf-Clan sich da breitgemacht hat. In Ostpreußen herrscht eine Hexe. Und es gibt auch immer mal wieder so größere Ereignisse, wie zum Beispiel die Beschwörung des Leviathan von einigen Seehexen, das dazu geführt hat, dass knapp 80 Prozent von den Niederlanden überflutet sind und nicht mehr bewohnt sind. Na toll, schlachten wir alles ab. Oder die britischen Inseln. Seit einigen Jahren herrscht kein Kontakt mehr, weil ein so dichter Nebel aufgezogen ist, dass keiner den durchdrungen hat und man gar nicht mehr weiß, was geht da eigentlich gerade ab. Aber ansonsten sind wir im ganz schönen romantisierten Barocken Europa des Jahres 1733. All diese schönen Umstände haben auch die Fürsten, Häuser und Adelsgeschlechter nicht dazu gebracht, ihr Klein-Klein beizugeben und vereint gegen die Kräfte des Bösen zu kämpfen. Sondern man führt halt noch seine üblichen, ich sag mal, Adelsränke-Spiele plus man ist nochmal von Dämonen und Co. bestürzt oder schon mal wird davon tangiert in einer Form. Also alles wie immer eigentlich, ne? Ich wollte gerade sagen. Alles so wie immer. Das Leben halt. Genau, das Leben, wie wir es wollen. Ja, und da spielst du jetzt die gute Amalia Mali Schumacher, wie sie so schön heißt. Das ist doch ein sehr spektakulärer Name. Ich identifiziere mich schon mit ihr. Ja, das ist als ob wir einen Bogen nur zu deinem Dasein geschrieben hätten. Dann erzähle ich dir doch mal ein bisschen was zu deiner lieben Mali. Wir schreiben das Jahr 1732. Man merke, also ein Jahr bevor es ein hieser Ding ist. Auch in dieser Nacht konntest du nur wenig Schlaf finden. Das lag weniger an den Stechmücken, die sich im Tal der Enns einstellig eingaben, sondern vielmehr an der unerträglichen Hitze in diesem Sommer des Jahres 1732, die sich im Tal geradezu aufstaute. Erst am frühen Morgen kam ein Lüftchen auf. Also packtest du deine bewährte Kriegsachs und machtest einen kleinen Spaziergang in der Morgenluft. Freilich nicht weit weg vom Lager deiner Kompanie. Vorschrift ist Vorschrift. In diesen Landen konnte man nicht vorsichtig genug sein. Die Enns floss im Norden durch die Grenzstadt Pforzheim, mündet schließlich bei Bersigheim im Neckar. Doch ihre Questflüsse entsprangen tief im Schwarzwald. Der Gedanke an den Schwarzwald lässt dich erschaudern. Du weißt aus den Geschichtsbüchern, dass der Schwarzwald einst mal ein friedliches Territorium war, ein Flickenteppich aus Besitzungen, die verschiedenen Fürstern und Bischöfen gehörten, zu einem großen Teil aber zu den Badischen Landen. Bis 1618 der Große Krieg begann, in dessen Folge viele Teile des Heiligen Römischen Reiches verwüstet wurden. Und bis 1640 eine Truppe schwedischer Söldner mitten im Schwarzwald das Tor zur Hölle öffnete. Klar. Kategorie Upsi. Ja. Was damals genauer geschah, ist unter einem Schleier aus Spekulation und Mutmaßung verborgen. Aber im Allgemeinen sind sich die Gelehrten sicher, dass sich ein Fürst der Hölle aus den Tiefen erhob. Asmodeus, der Verschlinger. Der Schwarzwald fiel in die Hand des Bösen und in den kommenden Jahrzehnten siedeln sich allerhand Schrecken an Hexen, Vampire, Werwölfe und weitaus furchteinflößenderes an Kreaturen. Jetzt war der Schwarzwald Sperrgebiet. Höllenmark nannte man das Reich des Asmodeus oder auch Markovia. Für dich stand schon früh fest, dass du deinen Teil dazu beitragen willst, den Dämonenfürst vom Thron zu stoßen. Irgendwann eines Tages. Denn du entstammst einer badischen Familie, die aufgrund dessen vor rund 90 Jahren aus dem Schwarzwald fliehen musste, als das Land von Dämonen überrannt wurde. Lange Zeit führte deine Familie ein Leben auf der Straße. So wie unzählige andere Menschen auch, die durch den großen Krieg, die Naturkatastrophen, die Pest und Dämonen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Also es war ein sehr schönes Setting damals. Klingt so, ja. Erst als Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durla 1715 eine neue Stadt gründete, fand deine Familie auch hier eine Bleibe. Du warst gerade neun Jahre alt, als sich deine Familie in der Stadt Karlsruhe, in dieser neuen Stadt namens Karlsruhe ansiedelte und sich als Handwerker am Aufbau beteiligt hat. Auch wenn du aus einfachem Verhältnis stammst und schwere Arbeit und Schrapazen gewohnt bist, legte deine Mutter stets größten Wert darauf, dass du dich mit der Geschichte deiner Ahnen beschäftigst. Also verschlangst du jedes Buch, dessen du habhaft werden konntest. In der Kirchenschule von Karlsruhe wurde dir auch sogar Latein beigebracht. Und in der Bibel findest du auch in dunklen Zeiten noch heute Toast. Deine Zukunft hielt viele Möglichkeiten bereit. Du hättest Handwerkerin werden können oder Lehrerin, ins Kloster gehen. Aber nein, du wurdest Söldnerin. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Du wolltest nämlich dabei sein, wenn die Vereinigten Truppen aus Deutschland endlich in den Höllenmarkt einmarschieren und Asmodeus dahin schicken, wo er herkam. Ein bisschen einfältig und naiv, wie du mittlerweile feststellen musstest. Viele Jahre vergingen, aber bislang geschah wenig von dem, was du dir erträumt hattest. Die Höllenmarkt existiert noch immer. Die Grenzen sind gut bewacht durch Söldner wie die Roten Wölfe. Deine Kompanie, welche im Hochsommer 1732 im Tal der Enz ausharren muss. Das bist du quasi. Das ist dein Kurzabriss, wie du jetzt eigentlich genau hier an diese Stelle gekommen bist. Das ist jetzt schon ein sehr spannender Werdegang. Ich sag ja, was kann schon passieren? Alle Optionen offen und du wählst die bescheidenste. Ja, da muss man schon wahnsinnig für sein. Ja, wahnsinnig mutig. Das ist aber schön gesagt. Schöne Überleitung, ne? Mhm. Guck mal, ich öffne auch mal hier deinen Charakter in der Gesamtansicht für alle, dass man sich mal so ein bisschen schon mal anschauen kann, worum es gehen wird. Also der Vorteil ist, du hast das eine oder andere Pen & Paper ja schon gespielt. Ja. Hast gesagt, der Riesenvorteil aus meiner Sicht bei Hexen ist, dass es relativ einfach strukturiert ist. Also es gibt eine überschaubare Anzahl an Proben beispielsweise, wenn du dir mal deinen Charakterbogen öffnest und zum Beispiel guckst, bei Fertigkeiten startet man ja mittlerweile. Ah, da. Ja. Ach, guck an. Weiß ich nicht, ein geschätztes Dutzend. Aber das sind die verschiedenen Proben, die man halt machen kann. Ja. Irgendwo, weiß ich nicht. Was entziffern möchtest oder Erste Hilfe, also jemanden heilen, dann ist das immer relativ schnell zu finden. Es ist halt nämlich auch alphabetisch sortiert und es sind halt nur diese Proben. Da kommen jetzt auch keine hinzu, außer Kampf. Deswegen hast du da einen eigenen Reiter für. Wo ist denn Kampf? Moment. Ach so, Kampf, eigener Reiter. Ja, ja. Genau, wäre ein eigener Reiter. Also siehst du, du hast da oben diese sechs Reiter und darunter dann immer die jeweiligen Themen. Bei den Würfeln gibt es auch nochmal eine Besonderheit. Du kannst ja einfach mal irgendeine Probe hier machen, was weiß ich, Erste Hilfe, Fingerfertigkeit. Kannst du dann die Würfel aktivieren. Ah, ich muss einfach nur draufdrücken. Ja, okay. Das sind ganz normale Würfel. Ja, klar. Nicht ganz normal. Jetzt rede ich schon. Ja, ich wollte gerade sagen, also was hast du denn für Würfel, bitte? Die musst du mir bitte erklären dann. Ich habe spezielle, genau. Die grünen, das sind die sogenannten Hexenwürfel. Das sind quasi die Standardwürfel in dem Setting. Ja. Auf einem Hexenwürfel gibt es drei Seiten, die man haben kann. Eine blanke Seite, das ist halt kein Erfolg. Ein Rabenkopf, das ist ein Erfolg. Und es gibt etwas, das sieht aus wie so eine explodierende Sonne, das ist ein Esprit-Stern. Ah. Und ein Esprit-Stern ist erstmal per se kein Erfolg, aber es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten für einen Esprit-Stern. Entweder kann man, wenn man in einem Gesamtwurf zwei oder mehr Esprit-Sterne hat, immer zwei Esprit-Sterne in einen Erfolg quasi tauschen. Quasi mach aus zwei ein. Oder, teilweise wirst du nachher feststellen, werden wir auch heute schon mal ein bisschen ausprobieren, gibt es auch den Reiter Jägerkräfte. Da mal draufklicken. Na klar, das kriege ich hin. So, Predigt wurde des Herrn und mächtiger Hieb. Genau, das kannst du jeweils anklicken, dann ploppt das auch auf und dann steht da auch, wie das funktioniert oder was da drin ist. Gucke ich mal selber. Wenn du zum Beispiel guckst bei mächtiger Hieb, ist der letzte Punkt. Und da steht als Sonderregel, sobald du mit einer Schlagwaffe attackierst, also hier geht es um den Kampf tatsächlich, zählen alle gewürfelten Esprit-Sterne als Erfolg. Das heißt, da hast du zum Beispiel eine besondere Jägerfähigkeit, die hat halt nicht jeder, das ist kein Standard, sondern das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Rolle und welche Profession deinem Charakter nachgeht, kann man verschiedene Jägerkräfte aktivieren und erlernen. Und du hast zum Beispiel eins, wo man direkt sagt, ah guck mal, das ist ganz gut, jetzt habe ich, der Wurf waren viele Esprit-Sterne, aber du brauchst nicht im Verhältnis 2 zu 1 tauschen, sondern für dich gilt jeder Esprit-Sterne als Erfolg. Klingt auf jeden Fall schon mal schön, aber ich habe kein großes Würfelglück, ne? Ja, es ist ja digital, also... Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ist genau so schlecht dann. Mhm. Aber wir steigen da jetzt so nach und nach ein, deswegen, ich hole dich da in den Besonderheiten mal ab und das kriegen wir schon, glaube ich, gut gewuppt. Also ich glaube, mittlerweile ist der Lapa zu sehr in mir drin, dass ich da noch irgendwie drauf achte, irgendwas zu würfeln oder sonst was, also bremst mich da. Ich werde dich schon anhalten, wo gewürfelt werden muss, wobei auch das Besonderheit von Hexen hier wird wirklich ein, so wird es angekündigt und ich kann es bisher aus meiner Erfahrung auch bestätigen, ein cineistisches Rollenspiel gepflegt. Das heißt, man muss hier nicht alles bis in die kleinste Ecke auswürfeln, sondern hier geht es auch viel um Beschreibung und so ein bisschen Darstellung, was dein Charakter macht. Also das sollte eigentlich dann dem Lapa in dir sehr entgegenkommen. Ja, das ist schön. Erzähl du mal. Genau, erzähl mal, was da im Quatsch ist. Spiel mit mir, als hätte ich noch nie Pen & Paper gespielt. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja, das ist gut. An die Gruppe richtet sich ja eigentlich auch diese Box insgesamt. Ja, guck mal, dummstellen kann ich ganz gut. Ich habe noch nie Pen & Paper gespielt. Das ist deine naturgegebene Rolle, ja? Ja. Okay. Pass auf, guck mal, dann lass uns doch mal rein starten, dann werden wir mit Sicherheit gleich schon mal Gelegenheit haben, sowas auszuprobieren. Ich bin gespannt. Dein Spaziergang. Muss ich auf der Karte, warte kurz, muss ich auf der Karte auch irgendwie interagieren oder machst du das? Noch musst du gar nichts machen. Nö. Okay, ich lehne mich einfach zurück. Genau, lehne mich zurück, genieß die Show. Dein Spaziergang führt dich bis ans Flussufer der Enst. Einst ermöglichte hier eine Holzbrücke die Überquerung des Flusses. Aber diese wurde schon vor vielen Jahrzehnten im immerwährenden Kampf gegen die Schrecken der Höllenmark vernichtet. Die Pioniere deines Söldnerhaufens haben inzwischen eine Behelfsbrücke errichtet. Sie ist so konstruiert, dass sie jederzeit binnen weniger Augenblicke abgerissen werden kann, falls ein Angriff von der anderen Seite der Enst kommt. Und falls der Angreifer nicht fliegen kann. In diesen Tagen muss man leider mit allem rechnen. Eine Bewegung auf der anderen Seite des Flusses erregte eine Aufmerksamkeit. Eine Frau schleppt sich mühsam auf die Brücke zu. Sie ist seltsam gekleidet. Eine Art Wehrwolfspelz bedeckt ihren Oberkörper wie einen Umhang. Und sie scheint verwundet zu sein. Der Wachposten an der Brücke hat sie ebenfalls entdeckt. Eine Grenzjägerin vermutlich, sagt Gustav in deine Richtung. Lass sie über die Brücke kommen, rätst du ihm. Dein Dienstgrad ist zu niedrig, um Gustavs Bezüge zu geben. Aber im Allgemeinen befolgen Menschen deinen Rat. So macht das auch Gustav. Er winkt die Frau herüber. Aber als sie die Brücke gerade überquert hat, bricht sie in sich zusammen. Sehr tragisch. Pech. Ihr Problem, ne? Schon. Möchtest du dir angucken, was mit der guten Frau vielleicht los ist? Ich würde erstmal eine Pistole zücken und dann vielleicht ganz langsam zu ihr hinlaufen. Okay. Man weiß ja nie, gefährliche Zeiten. Mhm. Und die sieht auch ein bisschen seltsam aus, ne? Ja, 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 ja. Riechen tut die bestimmt auch. Kommt von der verdächtigen Seite. Echt mal. Vielleicht riecht die auch ein bisschen. Das mag sein. Ja, die ist ja eh schon halbtot. Wenn sie ganz stirbt, dann ist das halt so. Also die scheint ihr Bewusstsein einigermaßen verloren zu haben. Denn die blutet aus näheren Wunden durchaus. Was für Wunden? Du würdest jetzt schätzen, dass das, ich sag mal, tierisch, dämonisch, also es sind keine Schusslöcher. Also entweder klingen oder krallen oder sowas in die Richtung. Mhm. Ich rufe einfach zu. Also spreche mit dieser Person in der Hoffnung, dass sie antwortet irgendwas. Vielleicht noch keuchend oder so. Mhm. Bin man noch auf Abstand. Was willst du ihr zurufen? Erstmal, ja, das gängige. Hallo? Hallo? Lebst du noch? Wie in jedem guten Erste-Hilfe-Kurs? Hallo? Wie in jedem guten Erste-Hilfe-Kurs? Ja, genau. Ja. Also regt die Person sich darauf dann? Nein, tut sie nicht. Sehe ich sie denn atmen? Hm, ja, das kannst du schon noch sehen. Ja, okay, dann gehe ich näher ran, liege die auf der Seite, auf dem Brücken. Also ich würde es auf jeden Fall erstmal mit dem Bein ein bisschen anstupsen. Nicht kaputt treten, anstupsen, gucken, ob sich da was dreht. Nicht aus Versehen von der Erbe-Helfe-Brücke runterschubsen. Ja, 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 genau. Ja, weiß ich nicht. Ihr habt ja alle eine ganz komische Meinung von mir, was ich machen könnte. Ja, ich eruiere nur die Möglichkeiten. Okay. Nein, also die scheint wirklich einfach gerade am Ende ihrer Kräfte zu sein. Die sieht auch total verschwitzt aus, also die hat sich wahrscheinlich auch angestrengt und sieht auch so aus, als ob die jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, längere Zeit halt nicht die Gelegenheit hatte, sich auszuruhen und frisch zu machen. Entweder hat die das beste Cosplay oder die ist halt wirklich irgendwie am Purpose. Ja, ich möchte aber wissen, was da vorgefallen ist. Also ich muss sie ja quasi retten. Ich muss sie ja dann irgendwie von dieser Brücke... So zu reden selten. Ja, aber sie keucht ja noch. Man kann sie ja vielleicht noch heilen. Ja, genau. Ja, ich muss sie erst mal von der Brücke runterzehren und dann zu meinem Kollegen bringen. Genau, weil das wäre jetzt auch tatsächlich eine Möglichkeit, das erste Mal eine Probe auszuführen. Ja, toll. Auf erste Hilfe. Achso, dann muss ich auf Fertigkeiten gehen, glaube ich, ne? Genau, dann geht es auf Fertigkeiten. Und jetzt können wir, bevor du jetzt würfelst, erkläre ich dir nochmal kurz, wie sich die Sachen zusammensetzen, weil jetzt stehen hier noch so ein paar Sachen. Aber du hast deinen Bogen geöffnet, bist du quasi bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Also bleib mal beim Beispiel erste Hilfe. Du siehst einmal den Wert 2 unter der Spalte FW. Das ist dein Fertigkeitswert. Und darauf wird dann immer ein Attribut, in dem Fall zum Beispiel Wissen, es gibt verschiedene Athletik, Sinneschärfe, Wissen, Geschick, Körperkraft und so weiter, addiert. Das heißt, da hast du ganz jetzt Schlussfolgerung Wissen 5. Das siehst du auch, wenn du da mit der Maus gleich drüber fährst. Das heißt, du hast in Summe 7. Das heißt, bei einer Probe, ich meine, hier läuft das alles technisch, aber analog wäre so, du wirfst jetzt 7 von den grünen Hexenwürfeln. Jeder Rabenkopf ist ein Erfolg. 2 SP-Sterne geben auch einen Erfolg. Bei den Proben gibt es, ich sag mal, zwei unterschiedliche Grade. Manchmal ist es nur wichtig, bestanden oder nicht bestanden. Einfaches Beispiel, du willst über die kaputte Brücke drüber springen, dann ist es jetzt für den Erfolg nur wichtig, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Wenn du jetzt ganz viele Erfolge hast, kannst du natürlich nochmal zineistisch beschreiben, wie cool das machst und vielleicht mit einem Vorwärtssalto oder mit einer coolen Heldenpose am Ende. Aber da ist erstmal nur wichtig, geschafft oder nicht. Es gibt aber auch Proben, speziell im Kampf, aber beispielsweise auch bei Erste Hilfe. Da ist nicht nur das Geschafft wichtig, sondern auch das mit wie viel Erfolgen. Weil hier würden dir jeder Erfolg, den du in deiner Probe generierst, bringt dem zu Heilenden. Dann, und das kannst auch du selber sein, du kannst auch bei dir selber Hilfe anwenden, wenn du Bedarf hast, Lebenspunkte zurück. Das heißt, wenn jemand, du hast zum Beispiel oben, wenn du mal guckst, 15 Lebenspunkte, wenn du jetzt nur noch fünf hast und jemand macht eine Erste-Hilfe-Probe und hat fünf Erfolge, kriegst du wieder fünf Leben direkt dazu. Man kann maximal zweimal Erste Hilfe empfangen. Das steht bei dem Reiter Zustand, wenn du dir das mal anguckst. Da gibt es den Punkt Erste-Hilfe. Ah, ja, okay. Da macht man dann ein Häkchen. Wenn man erfolgreich einmal geheilt wurde, also wenn jetzt jemand eine Probe bei dir probiert und hat keinen Erfolg, dann musst du auch kein Häkchen setzen, weil du hast ja auch nichts gekriegt. Wenn aber jemand eine Probe gemacht hat und es bringt auch zum Beispiel nur einen Lebenspunkterfolg, dann hast du eine wirksame Probe an dir vollziehen lassen. Das darfst du nur zweimal. Und danach ist halt nichts mehr durch weitere Verbände anlegen. Da muss man entweder halt wirklich eine Nacht komplett regenerieren. Dann sind die Kästchen quasi wieder leer. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit von magischen Heilungen oder Elixiere. Da kann man sogar vier Anwendungen quasi erhalten. Wenn jemand zum Beispiel einen Heiltrank hat. Ich mache meinen Haken gar nicht da rein, dann geht das schon die ganze Zeit. Ja, du musst es ja auch immer finden, der dich heilt, oder? Du machst es selber. Selber machen. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar nochmal bitte bei den Fertigkeiten. Wenn wir wieder bei Erste-Hilfe gucken, dann siehst du in Klammern steht dahinter ein I. Also das ist nicht römisch 1, das ist ein I. Ja. Weil da drunter bei Fingerfertigkeit siehst du nämlich zum Beispiel ein C. Das sind zwei von, ich sag mal, drei ganz wichtigen Ressourcen, die man regelmäßig braucht. Und zwar hast du die Möglichkeit, eine Probe zu fokussieren. Das heißt, du sagst, oh, die Probe ist mir sehr wichtig, weil zum Beispiel es geht um die Anzahl der Erfolge, die ich habe. Klassischer Beispiel wie der Kampf oder auch Erste-Hilfe. Oder weil du sagst, ich bin in der Probe echt nicht gut. Wie zum Beispiel Fingerfertigkeit da drunter. Wenn du nur zwei grüne Rabenwürfel hast, dann wird es halt schwierig, da viel Erfolge zu generieren. Dann kann man eine Probe fokussieren. Und das würde jetzt Folgendes bringen, wenn du mal, wir können es auch mal bei Erste-Hilfe machen, wenn du auf die Würfel gehst, aber nicht direkt draufklickst, sondern Steuerung und dann draufklicken, dann öffnet sich das Hexen-Würfel-Tool. Aha. Ja. Und da steht jetzt drin die 7, weil das ist dein Basiswert. Hä, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich war bei Fingerfertigkeit. Moment, 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 Erste-Hilfe, da. Ja, 7, jetzt habe ich den Wert. Dann gibt es vom Spielmaster noch irgendwelche Erweiterungen, haben wir eigentlich nicht. Es gibt aber schon mal den Bonus oder Malus. Und es gibt auch andere Würfel, Segnungswürfel, Blut, Elixierfluch, da kommen wir zu gegebener Zeit drauf. Wichtig ist jetzt, wenn du sagst, ich möchte eine Probe fokussieren, dann würdest du pauschal, wenn man etwas fokussiert, ist es immer ein Plus-3-Bonus. Mhm. Das kannst du ja, ähm, puh, 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 ich überlege gerade. Wir machen das jetzt spaßeshalber mal. Mach das doch mal und wirf das mal. Also Plus-3 auf Bonus dann. Genau. Ja, habe ich. Darf ich jetzt auf Würfeln klicken? Ja, bitte, bitte, ich warte auf deinen Würfeln. Die Würfeln? Oh, ganz cool. Jetzt siehst du, es sind drei graue Würfel noch dazu, weiß-gräuliche. Das sind so genannte Janus-Würfel, weil da die beiden Janus-Köpfe drauf sind. Und du hast gerade sehr gut gewürfelt, ich gucke jetzt nochmal eben in den Chat, was schreibt der? Du hast, ähm, fünf Erfolge und dreimal Janus. Nehmen wir? Doch. Ja, genau. Also kommst du auf sechs Erfolge in Summe. Ähm, weil die Janus-Köpfe, da gibt es immer nur geschafft oder nicht geschafft. Und zwar im Verhältnis 50-50. Ja. Und jeder Erfolg davon bringt ja einen Erfolg pauschal mit. Das heißt, du hättest jetzt in dem Fall, in dem Szenario, hättest du der zu heilenden Person sechs Lebenspunkte wiedergegeben. Ja, guck mal. Worauf man nur achten muss. Wenn du sowas machst, wenn du nämlich oben Ideen und Koops hast, das ist die Ressource, mit der du fokussieren kannst. Also siehst du das? Ideen und Koops. Ideen steht direkt unter deinem Bild, in deinem Heldenbogen. In meinem Heldenbogen? Ja, in deinem... Ach da, Ideen. Da, Koops. Ja, ja, ja. Das ist das mit dem I und mit dem C. Weil wenn du eine geistige Fertigkeitsprobe machst und die fokussierst, dann musst du eine Idee dafür ausgeben. Also sprich, den Count um eins runtersetzen. Wenn du das bei einer körperlichen machst, ein Coop. So, was wäre denn das jetzt bei Erste Hilfe gewesen? Ja, guck mal. Da steht ein I in Klammern. Also wäre es eine Idee gewesen. Ach so, eine Idee. Okay, okay. Mach ich jetzt meine... Also meine... Ah, hast du schon gemacht. Ich würde schon sagen. Ja, habe ich jetzt gerade mal gemacht. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass eine Ressource, die füllt sich immer auf, erst dann wieder auf nach einem ausgespielten Kampf. Oder wenn natürlich ein Abenteuer endet oder so. Ja. Also da muss man immer ein bisschen mit... Haushalten. Haushalten, ja. Oder so ein bisschen überlegt. Also du hast zum Beispiel sehr viele Ideen. Das ist wirklich viel für den Start. Dafür wenig Coops. Und jetzt können wir mal in den Reiter Kampf gucken. Da brauchst du außer bei Pistolen immer Coops. Das heißt, mit dem Coops kannst du nicht ganz so asen, sag ich mal, wie mit den Ideen. Was für den Kampf auch nochmal wichtig wird, ist die oberste Zeile, die drei Werte, die direkt unter deinem Namen stehen. Die Initiative. Die PTV und AP, ja. Genau. Der Panzerwert und die Aktionspunkte. Die Initiative ganz einfach bestimmt, wer in welcher Reihenfolge beim Kampf agiert. Also wenn Kampf da ist, dann ist es wirklich ein bisschen statischer, weil dann gibt es so eine Reihenfolge. Und ganz einfach, es geht nach der Reihenfolge, höchste Inni startet und geht dann nach unten weg. Das heißt, wenn jemand Initiative 8 hat, wäre er vor dir dran. Wenn jemand Initiative 4 hat, ist er nach dir dran. Das geht nur um die Reihenfolge zu bestimmen. PW ist der Panzerwert. Also wenn du Schaden erleidest, weil du getroffen wirst und nicht ausweichen kannst oder parieren, dann kriegst du so und so viel. Dann sage ich, du kriegst sechs Schaden. Und dann weißt du, alles klar, von sechs Schaden kann ich noch zwei Panzerungen wert abziehen und reduziere meine Lebenspunkte um vier. Und Aktionspunkte, das ist nochmal ganz wichtig. Und jetzt, weiß ich nicht, mach mal unten, wenn du es nicht hast, auch den Reiter Kampf auf. Habe ich. Hast du, perfekt. Aktionspunkte ist nämlich die Ressource, wie oft kannst du agieren in einer Kampfrunde. Einfaches Beispiel. Warum steht denn da Null? Ja, weil du jetzt gerade, du hast vier, ich weiß gar nicht, ob der auf Null startet. So, ich habe es mal auf vier gesetzt. Achso, okay. Rechts in Klammern sagt er, wie viel du hast. Und zwar, die Summe aus Aktionspunkten und Panzerwert ist immer sechs. Das heißt, übertrieben gesagt, wenn du aus welchen Gründen auch immer gerade nackt aus dem See steigst, hast du wahrscheinlich null Panzerungswert. Es sei denn, du hast irgendeine eklige Echsenhaut, von der die noch nichts wissen. Dafür hättest du dann aber sechs Aktionspunkte. Oder umgekehrt, du bist in einer vollen Ritterturniergestechrüstung, hast wahrscheinlich einen Panzerungswert von vier. Das ist das Höchste, was es gibt. Dann hast du aber nur zwei Aktionspunkte, weil du halt beweglich bist wie ein Block Granit. Ah, okay. Verstehe ich. Und das ist halt relevant, weil verschiedene Attacken unterschiedlich viele Aktionspunkte brauchen. Weil man zum Beispiel sagt, jetzt hast du gar nichts, eine Muskete beispielsweise bräuchte drei Aktionspunkte, weil man da direkt vereinfacht, da ist das Ziehen, das Laden, das Spannen, das Schießen und das Nachladen drin. Das muss man dann auch nicht ankündigen. Man muss auch nicht irgendwie, ich sag mal, eine Aktion verwenden, um die Waffe zu wechseln. Das geht alles im Fluss. Es ist halt ein etwas lockeres System. Aber trotzdem versucht man natürlich das so ein bisschen zu balancen. Zum Beispiel ist ein Dolch eine Aktion. Also mit einem Dolch kannst du natürlich schneller zuschlagen, als wenn du deinen Kriegshammer schwingst. Das wird darüber symbolisiert. Das heißt, wenn du deinen Kriegshammer schwingst, Schlagwaffen, bleiben wir mal in der Zeile. Schlagwaffen, wenn du es fokussieren möchtest, ist es ein Coop. Klar, es ist ein ganz körperliches Attribut. Die Schlagwaffe macht per se fünf Schaden. Du brauchst zwei Aktionspunkte. Das heißt, du könntest das in einer Kampfrunde zweimal machen. Du hast einen Grundfertigkeitswert von zwei plus deine Körperkraft. Das heißt, wenn du jetzt eine Attacke mit einem Kriegshammer, mit einer Schlagwaffe machst, würfelst du sechs grüne Würfel und würdest dann, deswegen ist es wichtig, die Anzahl der Erfolge plus fünf rechnen. Und das ist dann der Schaden, den du beim Gegner machst. Okay, ja. Deswegen ein Faustdieb zum Beispiel macht null Grundschaden. Also mit einem Faustdieb jemanden zu töten ist sportlich. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Was da halt nochmal vielleicht interessant sein kann, ist die defensive Reaktion. Was ist denn, wenn jemand mal dich schlägt, attackiert, beschießt, wie auch immer. Da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Man kann ausweichen, das ist das Unterste. Ja, wo du siehst, ja, geht so. Man kann ein Schild benutzen, wenn man ein Schild hat. Hast du nicht. Oder man kann parieren. Und da kommt es aber ein bisschen darauf an, auch ein bisschen der Logik folgend. Schwerter sind ganz gut zum Parieren. Da hättest du jetzt quasi einen Fertigkeitswert von vier. Ja. So mit hier hinten. Normalerweise hätte ich gesagt, ja, warum nehme ich nicht Schlagwaffe? Kannst du auch, aber eine Schlagwaffe ist halt nicht so gut zu handeln. Deswegen steht da hinten Parade minus zwei. Das heißt, da müsstest du dann selber bei der Probe, müsstest du dir einen Malus von zwei einrechnen. Ja. Wenn da nämlich irgendwo ein Malus oder ein Bonus ist, dann heißt das nicht, dass deine Anzahl an Würfeln reduziert wird, sondern wir arbeiten über diese grauen Würfel. Das heißt, ich mache es mal am konkreten Beispiel. Du willst mit der Schlagwaffe parieren, dann weißt du, oh, ich kriege einen Malus von minus zwei. Also eigentlich zwei graue Würfel gegen dich geworfen. Dann könntest du ja sagen, okay, das ist mir dann aber zu heiß. Dann setze ich einen Coup ein. Das heißt, ich habe ja eigentlich minus zwei auf der einen Seite und plus drei auf der anderen. Dann würfeln wir jetzt aber nicht fünf, sondern man rechnet das direkt gegen. Das heißt, aus minus zwei und plus drei wird plus eins. Und deswegen ist es dann wichtig, dass du halt auch die Fähigkeit hast, über Steuerung und auf die Würfel dann zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier direkt plus einen Bonus in dem Szenario, was ich gerade mal so skaliert habe. Okay? Ja, das werde ich wahrscheinlich lernen, wenn es dann soweit ist. Ja, genau. Frontalunterricht ist bei mir halt immer ein bisschen schwierig. Ich muss das so. Aber du hast ja jetzt gerade auch eine Erste-Hilfe-Probe gemacht. Und jetzt gucke ich gerade noch mal eben in den Chat. Das waren ja auch, glaube ich, sogar sechs Erfolge. Genau. Das heißt, du hättest jetzt der guten Frau sechs Lebenspunkte direkt zurückgegeben. Ja, guck mal. Die hat man dann quasi sofort. So, tsch, tsch, zack. Gucken wir, jetzt wird es hier in epischer Breite nochmal erklärt. Das haben wir gerade schon so ein bisschen im Fluss gemacht. Zum Glück waren die Wunden der Frau nicht so tiefgreifend, wie sie zunächst scheinten. Sie wirkt nicht krank oder vergiftet. Langsam kommt sie lieber wieder zu sich. Ihre Augen weiten sich. Wir sind in Gefahr, sagt sie unumwunden. Weg. Wir müssen weg hier. Auch wenn sie körperlich wieder belastbar wirkt, merkst du, dass ihr Geist zerrüttet ist. Vielleicht durch eine besondere traumatische Erfahrung in den finsteren Tiefen der Höllenmark. Oder weil sie von einer Hexe verzaubert wurde. Du kannst zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Ich muss mal gucken, ich habe die Kamera ja minimiert. Du versuchst die Frau zu beruhigen, schenkst ihr tröstende Worte, rezitierst einige Bibelstellen. Doch ob dein Versuch von Erfolg gekrönt wird? Da können wir doch jetzt mal eine Probe machen. Und jetzt gäbe es eine sogenannte vergleichende Probe. Das heißt, du möchtest jetzt quasi auf Menschenkenntnis, auf Redekunst die Frau beruhigen, indem du ihr gut zuredest. Und ich müsste jetzt dann prüfen auf Willenskraft, ob quasi deine Fürsprache überhaupt gerade durchdringt. Ja, ich würfel einfach, ja. Also ohne Bonus und sonst was. Okay. Wo ist es denn? Redekunst. Plum, plum. So. Guck mal, das ist das Beispiel. Du hast jetzt drei Esprit-Sterne und keinen Erfolg. Kannst dir aber drei Esprit-Sterne, also zwei in einen Erfolg umwandeln. Also hast du einen Erfolg. Ja. Jetzt mache ich mal aber einen verdeckten Spielleiterwurf. Mwahaha. Würfel gut. Würfel gut. Würfel frei und Frieden, oder wie war das? Na klar. Für Demokratie und Freiheit. Okay. Gut. Also. Deine Worte scheinen nur ein bisschen Gehör zu finden. So. Ruberscrollen. Zack. Es dauert eine Weile, aber irgendwann beruhigt sich diese wilde Frau, die da gerade irgendwo vor dir liegt oder hockt. Ihr Blick scheint sich ein bisschen aufzuklaren. Ihre Bewegungen wirken langsam sicherer und sie atmet auch tief durch. Nenn mich Wiesel. Das tun alle. Mein wahrer Name ist nicht von Belang. Ich war mit zwei weiteren Grenzjägern hier in der Höllenmark unterwegs, um die Bewegung des Feindes zu studieren. Wir übernachten in den Ruinen eines alten Dorfes. Wir waren auch eigentlich sehr vorsichtig, spähten erst sorgsam die Umgebung aus. Aber es drohte keine Gefahr. Keine Monster in unmittelbarer Nähe. Und das soll ja hier schon was heißen. In der Nacht wurde ich dann von einem seltsamen Geräusch geweckt. Und ich entdeckte Paul, wie er in einer Ecke einer leeren Kammer saß und dabei wie irre lachte. Er hatte so eine Art Schmuckstück in der Hand. Ich fragte ihn, was denn sei. Und er brabbelte nur irgendwie seltsames Zeug. Der Herr, der Fliegen sei gekommen und alle würden ihm dienen und sowas. Und dann aus dem Nichts sprang er plötzlich auf und rannte aus dem Haus. Schreiend. Seine Schreie alarmierten natürlich die Monster, die sich in der Umgebung verborgen hatten. Ein geflügelter Dämon stieß auf ihn herab. Und er kämpfte. Ich griff ein, aber am Ende tötete der Dämon unseren Gefährten. Und dann ging aber das Chaos erst richtig los. Von überall strömten nun Monster herbei. Meine Gefährten und ich konnten nicht mehr im Haus bleiben, mussten fliehen. Unterwegs tötete ich dann eine der Bestien, zog ihr die Haut ab und kleidete mich darin. Wir Grenzjäger haben da so unsere Techniken. Ich floh, bemerkte aber erst dann, dass ich verletzt war. Ich ahnte, dass das Blut die Monster anlocken würde, also setzte ich alles auf eine Karte und lief so schnell es ging, bis ich euer Lager sah. Sie hustet und spuckt dabei etwas Blut aus. Du merkst, dass sie etwas in ihrer Faust verbirgt, kannst aber nicht erkennen, um was es sich genau handelt. Und bitte, es kann nicht mehr lange dauern, bis sie meine Fährte gewittert haben. Ihr müsst fliehen oder euch zumindest auf den Kampf vorbereiten. Das ist doch der richtige Augenblick, um sich jetzt mal deinen Heldenbogen dahingehend anzuschauen, wie du überhaupt ausgestattet bist. Besitz, ne? Besitz, genau. Die Gutfrau weiß schon, wo zu gucken ist. Bringen wir uns nämlich nochmal zu einem Thema eben, Vermögen und Unterhalt. Du hast ein Vermögen von 155 Gulden und dein Unterhalt ist 50 Gulden. Was bedeutet Unterhalt? Genau. Das heißt, auch hier, es soll verschlankt werden. Wir müssen nicht in jeder Schenke über den Preis des Bieres und der dünnen Brotsuppe diskutieren. Sondern es wird einfach gesagt, wenn du jetzt keine exorbitanten Ausgaben hast, wie ich kaufe mir eine Cinderella-Kutsche mit entsprechenden Pferden. Ja, klar. Das sind diese, ich sag mal, alltäglichen Ausgaben, Essen, Trinken, Unterkunft und so weiter, mit dem Unterhalt abgedeckt. Das heißt, am Ende eines Abenteuers zahlt man einmal seinen Unterhalt und dann hat man quasi für das Folgeabenteuer seine Kosten gedeckt. Und der Unterhalt variiert je nach Held, weil es gibt zum Beispiel auch Helden, die können Gifte herstellen oder ähnliches. Und da ist der Unterhalt natürlich teurer, weil in dem Unterhalt dann auch mit drin ist, die brauchen die Verbrauchsmaterialien, müssen sie kaufen. Das heißt, du bist gerade gut aufgestellt. Du kannst deinen Unterhalt theoretisch dreimal zahlen mit dem, was du hast. Und es gibt auch immer noch die Kategorie Beutegut. Das ist quasi so ein bisschen das Looten. Wenn man Gegner lootet, dann muss ich mir nicht jedes Mal ausdenken, was hat der schäbige Gobbo jetzt für sechs Silbermünzen und irgendwie wieder das Goldarmband von der Tante Erna. Sondern es wird einfach in Beute, also entweder in Gulden oder Beutegutpaketen gerechnet. Das heißt, man kann auch, wenn man dann in einem größeren Ort ist, sagen, so, ich möchte jetzt hier mein Beutegutpaket abgeben. Und Beutegutpakete haben halt immer, also ein Beutegutpaket sind immer 100 Gulden. Punkt. Ah, okay. Also das soll das so ein bisschen vereinfachen und verschlanken, dass man jetzt nicht überlegen muss, oh, ich trage sechs Silberringe, drei sind mit Saphiren, einer ist mit dem, was weiß ich, Hosenquarz. Sondern das ist ein Wert. Am Ende ist die Form den meisten ja egal, sagen wir es mal so. Ja, und darunter siehst du, was du, ich sag mal, an Waffen und Rüstung hast. Du hast ein Schwert und einen Kriegshammer und eine Pistole. Und als Kleidungsset auch eine Söldnerkleidung und einen Lederkoller. Das sorgt insgesamt, das ist ja schon dann eingerechnet, weil du es drin hast, für den Panzerwehr 2. Und wenn du mal auf Kleidungsset, Söldnerkleidung draufklickst, dann siehst du, dass Kleidung eigentlich auch immer noch irgendwie einen Regelaspekt mitbringt. Mhm. Und da siehst du schon, der Satz oben sagt eigentlich schon alles, also das ist eigentlich die Regel. Einmal pro Kampf kannst du eine Nahkampfwaffe oder Schleuder für einen Aktionspunkt weniger, jetzt müssen wir aber mindestens einer bleiben, benutzen. Also, das ist einfach mal gut im Hinterkopf zu behalten, zu sagen, okay, weil der Kriegshammer war ja zwei Aktionspunkte. Du hast vier Aktionspunkte, das heißt, du könntest in einer Kampfrunde zweimal zuschlagen. Wäre es dann aber auf null, das heißt, wenn der Gegner dann nicht tot ist und zurückschlägt, hast du keine Chance irgendwie auszuweichen oder zu parieren. Ja, dann könnte ich dieses Einmal von der Kleidung nehmen, um ein AP zu generieren oder was? Ja, nicht zu generieren, du ersparst ja den vorher, ne? Du könntest ja sagen, so, hier bei meiner ersten Attacke nutze ich das, dann kostet mich die nicht zwei, sondern nur eins und dann hast du noch drei und kannst dann überlegen, haue ich nochmal voll drauf mit zwei oder schieß mit der Pistole für zwei. Und hättest immer noch einen im Rücken für ausweichen, beispielsweise. Oder noch ein Faustdieb. Ja, gut. Genau, das war es zum Thema Besitz. Mit deinen Waffen ist alles in Ordnung. Das Schwert ist scharf gewetzt, die Steinschlosspistole ist ordentlich gesäubert worden, der Kriegshammer benötigt nur wenig Sorgfalt. Du überprüfst lediglich, ob der eiserne Kopf stabil im Schaft sitzt. Als Angehöriger eines Söldnerhaufens trägst du natürlich die typische Söldnerkleidung. Ein Mischmasch verschiedenster Kleidungsstücke aus strapaziefähigen Materialien, ergänzt durch ein breites Bandelier, an dem du die Waffen und Munition befestigen kannst. Unter dem Bandelier trägst du einen Lederkoller, einen für Söldner typischen Lederwams, das dir etwas Schutz gewährt und deine Bewegung kaum einschränkt. Ich glaube, da kannst du besser beschreiben, was du trägst, als ich dir das beschreibe. Deswegen muss ich da, glaube ich, nicht viel zu sagen, wie dein Outfit aussieht. Das ist richtig, ja, ja, auf jeden Fall. Plötzlich vernimmst du Schreie. Gar nicht weit weg von dir sind einige deiner Kameraden in einen Kampf mit einer pferdegroßen Kreatur verwickelt. Ein Monstrum, das einer Kröte ähnelt, aber sicher dämonischen Ursprungs ist. Es kam aus dem Fluss gekrochen, du bemerkst an anderer Stelle Luftbläschen im Fluss. Vorsichtig näherst du dich ihnen, dein Kriegshammer fest in der Hand. Und zwar gehen drei, vier Herzschläge und auf einmal taucht eine weitere dieser Höllenkreaturen aus dem Fluss. Du zögerst gar nicht lange. So. Und jetzt bin ich mal gemein, aber als Spielleiterin darf man das auch. Ich zeige jetzt zumindest die, die sich das dann nachher mal angucken, wie dieses Viech aussieht. Das ist nicht Szene, wo es vor meinen Augen ist. Ja, genau. Das ist ja gemein. Frech, ne? Echt mal. Das heißt auch das Ding aus dem Sumpf. Ah. Warte mal. Doch, guck mal, warte mal. Zeige Spielern. Guck mal. Die Inhalte wurden von Altspielern gezeigt. Kannst du jetzt was sehen? Ja. Guck mal. Das ist das Ding aus dem Fluss. Also ich würde jetzt sagen, es sieht sehr putzig aus. Ja. Okay. Das überrascht mich jetzt wenig. So. Zack. Nehme ich das aber mal wieder aus der Gesamtansicht. Ach, das ist ja cool. Weil da habe ich beim letzten Mal nämlich so ein bisschen rumgetrickst, um das zu zeigen. Das ist ja super, dass das so geht. So, ich habe das Fetzer wieder geschlossen. Ja, alles gut. So. Okay, genau. Das Ding aus dem Sumpf. Aus dem Fluss. Mann. Jetzt bin ich aber auch da. Du hast eine höhere Initiative. Das heißt, du hast die Aktion. Was möchtest du mit dem süßen kleinen Tierchen, was gar nicht so klein ist, machen? Ja, erst mal schreie ich dem Typen oben noch mal entgegen, dass er jetzt auch mal so langsam seinen Arsch bewegen soll. Meinem Kameraden, der dabei ist. Ja klar, der Gustav. Aber ganz schnell. Nehme. Und wenn das Ding ja eh schon da ist und ich die Hand eh schon an meinem kleinen süßen Hammer habe, bin ich sehr nah dran. Also wahrscheinlich, ne? Ja. Distanz ist auch kein Problem. Also man kann sich auch bewegen. Also man muss keine Aktion verwenden nach dem Motto, ich muss mich erst mal ranbewegen an den Gegner. Ja gut. Ja gut. Jetzt habe ich natürlich das Bild geschlossen von dem Viech. Ich würde einfach, wenn ich sowieso schon im Effekt drin bin, direkt draufhauen. Egal, was ich treffe. Also das Viech natürlich, aber Körperteil ist egal. Oh, Jesus, wieder. Herrlich. Ja. Das Körperteil, was am nächsten dran ist, zu erreichen ist. Ja. Am einfachsten wahrscheinlich. Genau, du haust einfach drauf, also du musst jetzt gar nicht irgendwie dich auf einen Körperteil fokussieren, sag ich mal. Ja. Patch den mal hier links an. Ja, ich lasse den mir hier auch noch mal drauf, damit ich ihn sehe. Genau, also das wäre jetzt die Gelegenheit zu attackieren. Ja. Einfach eine Probe, äh, ganz einfach. Das wäre dann auf Kampf, Schlagwaffen, ne? Genau, Schlagwaffen und, ne, da kann man jetzt überlegen, haust du normal drauf, dann hast du ja deine sechs Würfel, willst du fokussieren. Boah. Das wäre zäh. Ein Kuhpettig, okay. Wie ist das jetzt mit der Kleidung, mit dem ein AP? Mhm. Ich mach wieder, ja. STRG auf die Würfel erstmal, ne? Steuerung. Genau, also die AP machst du eh nicht an der Stelle. Ja, okay. Also erstmal Bonus wäre dann drei. Drei, genau. Bonus ist immer plus, also wenn man einen Bonus über einen Kuhp oder eine Idee hat, ist immer plus drei. Okay, aber ich verbrauch da quasi nur einen Kuhp. Du verbrauchst einen Kuhp, genau. Okay. So, Bonus, Malus, Segnung, Gut, Elixier hab ich ja alles nicht. So, dann würfel ich damit jetzt erstmal die Aktion. Dann mach das mal, das klingt nach dem Plan. Eine arme Frosch. Scheißfrosch meine ich, Scheißfrosch. Böse Frosch, Böse Frosch. Ja. Das sind vier, sechs Erfolge. Ja. Das heißt, ich mach das jetzt hier nochmal auf. Wäre das dann Schaden plus die sechs oder was? Genau. Ja. Das heißt, du machst mit deinem wuchtigen Hammerschlag mal eben elf Schaden. Da ziehe ich natürlich auch den Panzerschutz oder den Schutzwert ab. Das heißt, du haust der schon ordentlich ein vor die Möppe. Mal gucken. Ah, richtig so. Oh. Das tut der auf jeden Fall weh. Wie es eine Kröte so macht, der gehen die Augen einmal kurz nach innen, so wegglupschig. Ja, und sie sieht auch not amused aus. Aber sie bleibt noch da. Es lebt noch und scheint sogar... Ja, nicht tödlich getroffen zu sein. Jetzt... Nicht betäubt, gar nichts. Nee. Ja gut, sie ist halt auch Pferde groß. Also das ist jetzt kein Laubfrosch, den du unter dem Stiefel zerdrückst. Ah. Ah. Kriegen wir schon hin. Ja, was ist jetzt mit dem AP-Wert? Ach so, genau. Den machst du jetzt manuell um eins runter, weil du hast ja nur dadurch, dass du deine Reisekleidung oder deine Söldnerkleidung genutzt hast, den Effekt. Wenn du jetzt halt nochmal mit der Schlagwaffe zuhaust, dann sind es halt zwei AP, ne? Kannst du sie noch einmal pro Kampfrunde nutzen. Das ist richtig. So. Wenn ich mit der Pistole... Die hab ich ja quasi auch handgriffbereit. Ja. Mit der Pistole kann ich doch auch direkt gezielt schießen, oder? Kannst du machen. Dann würde ich nämlich tatsächlich... Ah, warte mal. AP zwei und eins. Okay. Würde ich... Ja, dann schieße ich mit der Pistole, lade ich sie und... Damit machst du ja sogar weniger Schaden, ne? Ja, aber ich will das Auge treffen. Okay, alles klar. Was kann schon passieren? Das ist das Schlimmste Fall. Was soll passieren, wenn man so einen fetten Frosch vor sich hat? So, das heißt... Ach so. Das kann ich jetzt aber auch nochmal fokussieren mit den Ideen, ne? Mit einer Idee, genau. Weil das ist halt so eine Konzentrationssache, ne? Ist ja jetzt egal, wie fest du die Pistole abknallst. Das ist ja eher... Du musst dich konzentrieren, trotz Rahmenbedingungen, dass so ein fetter Frosch vor dir sitzt, ne? Genau. Und da packe ich dann jetzt meine fünf Ideen rein als Bonus. Ne, also eins. Immer nur eins, ne? Ach so. Du sitzt eine Ressource aus deinem Ideenpool quasi und kriegst dann wieder plus drei als Bonus. Ach so, okay. So, also habe ich jetzt Hexen vier und Bonus ist jetzt eins. Ne, der Bonus ist drei. Drei. Ah! Ah! Du setzt einen Kube oder eine Idee und der Gegenwert ist immer plus drei. Okay, egal was. Okay, also immer drei. Egal was. Ja, gut. Du hast halt nur wirklich auch viele Ideen. Also du kannst, diese Ressource kannst du halt häufiger spielen als Koops. Ja, gut, dann würfel ich jetzt Hexen vier, Bonus drei und würfeln. Klack, klack. Das kann schon passieren. Oh, da war der Bonus aber gut, dass du den noch eingebaut hast. Damit du überhaupt auf die vier... War predicted. Ja, klar. Alles gescriptet hier, ne? So, das heißt vier und drei sind sieben. Aufs Auge. In your face. Ja, Mann. Nein. Auge. Auge. Das ist wichtig. Ja, wo ist denn das Auge? Also auch bei einem Frosch? Ja, da, wo die schwarzen Glubscher sind. Guck doch aufs Bild. Ja, ich würde es noch mit Gesicht irgendwo titulieren. Ja, du triffst auf jeden Fall eins der Glubschi-Augen. Und das sieht auch irgendwie ein bisschen schäbiger aus danach. Also das, äh, bäh. Kategorie bäh. Okay. Okay. So, jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Was mache ich jetzt mit der AP? Geht jetzt auch ein... Also erstmal Ideen eins runter. Idee eins runter und AP geht jetzt um zwei runter, ne? Weil auch eine Pistole braucht halt zwei. Ah, scheiße. Ich bin in der Teile verrutscht. Ja, okay. Ah, du hast bei Fertigkeitswert geguckt oder was? Mhm, ist egal. Was kann schon passieren? Ist der Gustav jetzt endlich da? Ich schreie die ganze Zeit. Gustav, Gustav. Der Gustav ist auch dabei, ja, ja. Ja, dann soll er auch mal was machen. Dein Auge sieht aber nicht gut aus, Freund. Ja, kann er denken, was er will. Hat der Waffen dabei? Ist er bewaffnet? Natürlich. Der ist ja auch von der Söldnertruppe, ne? Ja, dann schlägt er ja wohl auch noch drauf, oder? Genau, aber zuerst ist die Kröte dran. Ja, ich, äh... Die Kröte attackiert, so. Dann gucken wir mal. Ich hatte ja gar keine Möglichkeit mehr, mich in Sicherheit zu bringen. Käpt'n Kröte. Ich muss hier einen anderen nehmen. Es gibt die Kröte nicht. Oh, gott. Zack. Du hast selber ein Pferd. Ne, das Blöde ist. Ich muss jetzt auch tatsächlich sogar einen richtigen Helden nehmen. Ach nein, warte mal. Die Kröte würfelt gar nicht, ne? Aha. Die Kröte würfelt gar nicht. Die Kröte ist nämlich ein Bandengegner. Äh, äh... Äh, äh... Noch eine Besonderheit im Spiel von Hexen. Es gibt quasi zwei Kategorien von Gegnern. Es gibt entweder Bandengegner oder Anführergegner. Bandengegner, auch wieder spielverschlankend. Ich muss gar nicht würfeln, sondern... Der steht direkt bei mir drin. Ich mach so und so viel Treffererfolge plus den und den Schaden. Ähm, ähm... Nur bei Anführergegnern muss ich würfeln. Und Besonderheit, wenn ich, äh, für Gegner würfel, sind Esprit-Sterne immer Erfolge. Dafür können die halt, äh, im Umkehrschluss, egal ob Anführer oder Bandengegner, ich kann niemals parieren. Gibt's nicht. Ah, okay. Gegner können nicht parieren oder ausweichen oder so. Also, vielleicht gibt's wieder Ausnahmen, aber in der Regel können die's nicht und ich hab's bisher noch nicht erlebt. Ja, also kein, kein Monstergegner, sonstiges in dieser ganzen Box kann ausweichen oder parieren. Das heißt, wenn ihr Schaden, wenn ihr trefft, äh, dann macht ihr Schaden. Punkt. Ja. So. Also, diese Kröte macht nämlich 5 Erfolge plus 2 Grundschaden. Das heißt, entweder bist du jetzt eine, eine ganz, äh, taffe, äh, Söldnerin und sagst, pfff, okay, dann nehm ich halt die 7 Schaden abzüglich des, äh, ne, Panzerwerts, also Kassier 5. Oder, die vielleicht, äh, nicht ganz so krass coole, aber, ähm, lebenserhaltenere Möglichkeit wäre, natürlich auch zu probieren, auszuweichen. Ja. Weil du hast ja einen Aktionspunkt. Genau. Wenn die auf 0 droppen, was ist dann? Deine Aktionspunkte? Ja. Dann kannst du einfach in dieser Kampfrunde, die jetzt hier sehr klein ist, nichts mehr machen. Aber wenn es jetzt noch kleine Gegner gäbe, die nach dir drankämen und dich attackieren würden, dann könntest du nicht ausweichen. Ach so, okay. Die eine Kampfrunde ist dann beendet, wenn die Kröte fertig hat, quasi. So, Entschuldigung, ich musste kurz niesen. Nicht schlimm. Genau, also eine Kampfrunde ist ja, ne, man muss sich so ein bisschen wie so ein Tabellenblatt eigentlich vorstellen, wenn alle einmal durchgekämpft haben. Wenn alle ihre Aktionspunkte aufgebraucht haben. Man kann auch nicht sagen, ich mache jetzt einen Teil der Aktion und den Rest später. Man kann nur, wenn man möchte, aber das haben wir, ich glaube, in der Kampagne nicht ein einziges Mal genutzt. Du könntest sagen, wenn du deutlich vor allen anderen dran bist, aber erst mal gucken möchtest, was weiß ich, ne, was die anderen machen und ob die vielleicht schon den und den Gegner töten, könntest du deine Aktion freiwillig zurücksetzen. Also deine Initiative. Ja, dann könntest du sagen, ja, ich bin zwar, ich wäre eigentlich als Erster dran, aber ich schiebe mich da und da erst zwischen in der Reihenfolge. Ah, okay. Sonst ist es eine Kampfrunde so, wenn alle einmal alle durchgetaktet sind, dann startet die neue Runde, dann sind auch alle AP wieder voll. Ja, Koops und Ideen nicht, die immer nur nach einem Kampf, aber die Aktionspunkte sind wieder voll. Das heißt, du würdest dann wieder bei vier starten. Okay, okay, okay. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, welche aufzusparen. Ja. Es gibt nur eine Fähigkeit, haben wir aber auch ehrlicherweise bisher noch nie von Gebrauch gemacht. Wenn es dir wichtig wäre, vor einem anderen Mitspieler oder Gegner, Anführergegner dran zu sein, ist in dem Fall nicht, weil die Kröte war nach dir, dann kann man am Ende der Runde, der Kampfrunde, übrig gebliebene Aktionspunkte benutzen, um die Inni beim nächsten Mal zu erhöhen. Also man könnte, wenn man jetzt am Ende dran ist, die sogenannte Inni-Null-Phase, könntest du sagen, ich habe noch einen Aktionspunkt, den verwende ich und in der nächsten Kampfrunde kriege ich plus drei auf meine Initiative, als hättest du jetzt dann neun und wärst halt vielleicht vor jemandem dran, der Inni acht hat. Also das heißt, die Kröte will mich jetzt vermöppen, wenn ich jetzt das einfach fressen würde, würde ich keinen Aktionspunkt verbrauchen, könnte das aber auf meine Inni packen dann. Genau. Ne, brauche ich nicht. Macht ja, genau, macht jetzt keinen Sinn, weil die Kröte war jetzt eh nach hier dran. Ich weiche aus. Nur relevant, wenn du danach gerannt gewesen wärst, ne? Ja. Beim Ausweichen ist es jetzt so, also wie gesagt, bei allen Kampfdingern ist eigentlich immer wichtig, wie viele Erfolge man hat, weil ich habe dir ja gerade so dezidiert gesagt, ich mache fünf Erfolge plus zwei Schaden, weil wenn du es schaffen würdest, oder jeden Erfolg, den du schaffst, reduziert meine Erfolge. Schaffst du es, die Erfolge auf null zu setzen, ist egal, welchen Schaden die Waffe macht, ich komme nicht an, also ich treffe quasi gar nicht. Okay. Das heißt, deswegen ist sowas vielleicht auch schon mal spannend zu fokussieren. Ja, ich wollte gerade sagen, bei meinen Ausweichen wäre ja dann drei. Da würdest du nicht fünf mit egalisieren. Ach komm, was soll der Geiz? Hier, pass auf, ausweichen, ausweichen, plus Bonus, was ist das? C, kups, okay. Bonus mache ich dann jetzt auch wieder drei. Ja, also genau, der Bonus ist immer drei. Ja, okay, dann habe ich sechs. Im besten Fall habe ich nur... Im besten Fall, also du könntest es egalisieren, ne? Du brauchst fünf Erfolge. Schau mal, komm, ich bleibe ich einfach aus. Plüpp! Dreckswüffel. Das war so. Es gibt also auch Leute, die Pech haben bei digitalen Wüffeln, ne? Ja, nein. Also du hast einen Erfolg reduziert, auch nur dank deines Coops. Das heißt, du kriegst halt die vier Erfolge plus zwei Grundschaden, das heißt, du kriegst sechs Schaden. Ziehst da natürlich erst noch die Panzerung von ab. Vier. Vier, korrekt. Ach so, ich muss deinen Helden hier öffnen, tack. Und kriegst dann halt noch vier Schaden. Genau. Sechs minus zwei. Ja, ne? So schnell geht das. Bist du auf elf Lebenspunkte runter. Hier auch nochmal eine Besonderheit von Hexen. Wenn du bei null Lebenspunkte bist, bist du nicht tot. Du verlierst nur sämtliche Ideen und Coops. Tot ist man erst, wenn man mehr als zehn Lebenspunkte verlor, also im Minus ist. Ach so. Ah, man hat ein Lebensdyspo. Man hat ein Lebensdyspo, ja. Heil. Also, tatsächlich muss man sich bei Hexen wirklich sehr bemühen, weil selbst wenn du minus zehn hast, selbst dann bist du noch nicht tot. Du bist einfach kampfunfähig und kannst nicht mehr. Und irgendwo habe ich es mal gelesen, stand so schön, sterben kann man eigentlich nur, wenn alle Helden in diesen Status verfallen. Okay. Ja, dann seid ihr einfach als Gruppe besiegt. Das wäre halt relativ auch bitter. Dann packst du ein, der Abend ist gelaufen. Alle können sich einen neuen Charakter machen. Ach, ich habe Gustav dabei. Was kann schon passieren, du? Oder, das Beispiel fand ich viel schöner. Kann auch passieren, wenn es nur einem Helden so geht, aber die andere Gruppe den zurücklässt in den feinden Händen. Fand ich ja, das ist auch wirklich legitim und dann muss man sich vielleicht auch eine neue Gruppe im Anschluss suchen. Ja, das ist mir beim DSA mal passiert. Oh, da hast du auch eine nette Gruppe gehabt. Die Schweine. Das heißt, die kleine, süße Toadie hat dir ein bisschen wehgetan. Ja, ja, ja. Du bist auch echt ein bisschen angepisst und dein Arm tut dir auch sehr weh. Ey, ich wollte gerade sagen, ich werde gerade wütend. Zum Glück musst du aber nicht mehr allein gegen das Untier kämpfen. Neben Gustav ist auch noch der Fred hinzugeeilt. Na, guck an. Und zusammen schlagt er das Ding jetzt zu dem Matsch, aus dem es rausgekommen ist. Der Kampf ist beendet und du kannst kurz verschnaufen. Ja, sehr schön. Das heißt, Kampf ist vorbei. Deine Kups und Ideen werden wieder auf den Maximalwert gesetzt. Deine Aktionspunkte natürlich auch. Ist ja jetzt auch keine Kampfhunde mehr. Das ist schön. Das heißt, ich habe jetzt wieder sechs Ideen und drei Kups. Die beiden füllen sich quasi alle wieder auf. Ja, super. Also bis auf Lebenspunkte. Genau, bis auf Lebenspunkte. Da könntest du natürlich jetzt wieder, da sind wir bei dem Thema, aktiv werden. Ne, 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 ne. Noch geht. Okay. Weil du hast ja diese zwei Kästchen. Du könntest dich selber heilen, um dich so ein bisschen aufzupäppen. Noch geht. Ja, ich wollte es nur noch mal sagen. Dann ist ja wunderbar. Dann können wir ja weitermachen. Ja, liebe Mali. Du hörst eine Alarmglocke aus Richtung eures Lagers. Sofort machst du dich auf den Weg dorthin. Ja. Wir brauchen schon Lebenspunkte. Schon von Weitem siehst du. Achso, ich kann ja mal die Kröte hier einfach aus dem Spiel nehmen, ne? Ja, was ist denn mit der Alten? Nehmen wir die Alte mit oder nicht? Sag du doch mal, was du mit der Verletzten machen möchtest. Ist ja immer noch interessant, was sie zu erzählen hat. Eigentlich will ich die mitnehmen. Fred und Gustav sind jetzt da. Guck mal, Fred und Gustav könnt ihr doch hier. Einer links, einer rechts. Und dann schleppen wir sie einfach mit. Einer ist linker Ohr, einer ist rechter Ohr. Und ab zum Lager, ne? Ja, klar. Alles klar. Ihr drei, beziehungsweise dreieinhalb da mit der leicht Lidierten schleppt euch zum Lager. Und schon vom Weiten siehst du, dass das Lager von fliegenden Kreaturen angriffen wird. Scheint sich um niedere Dämonen zu handeln. Sind nicht sehr groß, aber seltsam aufgeblähte Körper mit rundem Kopf, der scheinbar nur aus dem Maul besteht, mit gebogenen Reißzähnen. Also wirklich hässlich wie die Hölle. Aus ihrem Rücken wachsen fledermausartige Flügel und auf den ersten Blick wirken sie wie die Karikatur eines Monsters. Doch, das Kneifen, das Lachen brauchst du dir gar nicht groß verkneifen. Denn du siehst, dass deine Gesellen und Kameraden wirklich hart mit den Viechern zu kämpfen haben. Du willst gerade schauen, ob Wiesel, wie sie so schön heißt, was dazu beitragen kann. Aber die scheint stiften gegangen zu sein. Vermeide jetzt sämtliche Kommentare. Ich weiß nicht, ob dein Stream ein FSK-18-Stream ist. Noch nicht. Bitte behalte das gleich. Siehst du? Ich kann auch anders. Oh mon dieu würde sich in diesem Setting empfehlen. Oh mon dieu. Oh je. Na guck mal, ich hab doch wieder ein Bild. Guck mal. Ich kann ein Bild zeigen. Zeig dem Spieler. Du musst den Bild mit meinem Kopf nicht. Ich find den auch süß. Guck mal, das ist ja genau die richtige Welt für dich, oder? Ja. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der falschen Seite. Also Wiesel ist weg. Gustav und Tret sind an meiner Seite quasi. Wiesel an deiner Seite. Ja, okay. Gegen die Unmengen fliegender Dämonen scheint dir dein Kriegsheimer wenig effektiv. Aber du hast noch eine andere Möglichkeit. Feuer machen. Feuer. Wirst du ein bisschen Lagerfeuer machen? Das mit denen erstmal diskutieren? Weiß ich nicht. Nein. Du hast doch eine viel bessere Idee. Bei den Kreaturen handelt es sich an allem Anschein nach um Flugbolle. Und das sind, wie du natürlich weißt, Bandengegner. Und jetzt kommen wir nämlich zu was Tollem. Du stellst dich einer Horde wieder natürlichen Bandengegnern gegenüber. Dränge sie zurück, indem du deine Willenskraft und deine religiöse Überzeugung verwendest. Mutig trittst du einige Schritte vor, damit dich die Biester auch ja nicht übersehen können. Weiche! Weiche! rufst du und rezitierst eine passende Stelle aus der Bibel. Weil jetzt kannst du eine Besonderheit nutzen. Und zwar eine deiner Jägerkräfte. Da hatten wir vorhin schon mal geguckt. Worte des Herren oder Predigt? Worte des Herren. Mit den Worten aus der Bibel drängst du die teuflischen Horden zurück. Okay, eine Indie-Phase-Aktion. Mhm. Okay, was muss ich dafür jetzt machen? Guck mal, das steht ja sogar, wenn du da weiter liest. Achso, bestimmt. Oh, das ist so klein auf der Seite, Mann. Ich habe schon eine Brille auf. Ich stimme für jeden Erfolg einen widernatürlichen Bandengegner der Stufe 1. Für zwei Erfolge einen widernatürlichen Bandengegner der Stufe 2. Oder für drei Erfolge einen widernatürlichen Bandengegner der Stufe 3. Ob ein Gegner widernatürlich ist, muss sie die Spielleiterin mitteilen. Hä? Die ausgesuchten Bandengegner können in ihrer nächsten Indie-Phase, auch wenn diese in der nächsten Kampfrunde Eintritt, keine Angriffe ausführen. Okay. Genau. Für zwei AP. Also, zur Erklärung, es gibt, ich hatte ja gerade gesagt, es gibt Anführergegner und Bandengegner. Und Bandengegner gibt es quasi in den Stufen 1, 2 und 3. Ja. Und Stufe 1, das sind ja die Schwächsten, 2 und 3, die werden dann halt immer etwas stärker. Und es gibt ganz viele Fähigkeiten bei Jägerkräften, wo es dann darum geht, du kannst irgendwie was machen. Also, einer deiner potenziellen Gesellen zum Beispiel, der kann mit der Muskete schießen und dann schießt ja quasi so ein Feuerregen und da geht es dann auch darum, ne? Je nachdem, wie viele Erfolge der hat, darf er entsprechend stufenmäßig Bandengegner wegnehmen. Also, wenn er zwei Erfolge hat, dürfte er, und das gilt bei dir jetzt genauso, hast du zwei Erfolge, darfst du zwei Bandengegner der Stufe 1 quasi, ähm, Ich sag mal, drei Stellen, ja? Ja. Oder einen der Stufe 2. Also, du kannst jetzt halt Worte des Herren sprechen, dafür musst du eine Probe auf Redekunst machen. Ja, okay, ob ein wieder natürlich ist. Ja, die sind wieder natürlich, höre ich da raus. Das ist vollkommen richtig, ne? Und du könntest Redekunst ja auch wieder fokussieren, weil wäre auch eine Idee, da bist du ja relativ gut aufgestellt. Wie viele sind das denn? Das sind sehr viele. Lohnt sich doch gar nicht. Warum? Was lohnt sich nicht? Das zu machen, oder? Ja, würde ich dann alle quasi zusammen dann silenzen oder jedes Viech einzeln? Die Viecher einzeln, genau. Ach komm, wenn du mich da hintreibst, dann machen wir das einfach mal. So, Fertigkeit, Redekunst. Und du kriegst sogar noch einen Bonus, sehe ich gerade, weil du Menschenkenntnis besitzt. Okay, so ich bin jetzt... Ja, das bringt dir auf jeden Fall schon mal plus einen grauen Würfel, also sprich einen Januswürfel. Also du hättest per se deine sechs aus der Redekunst plus eins. Und du könntest jetzt halt überlegen, ne, nimmst du noch die zusätzlichen plus drei aus einer Idee? Ja klar, dann nehme ich plus vier als Bonus, ne? Genau. Okay. Also Hexen sechs Bonus plus vier auf Redekunst. Check. So, würfeln wir mal. Das sind vier, sechs Erfolge. Da es Bandengegnerstufe eins sind, heißt das, dass du sechs von den Viechern quasi in einen, wie hast du es gesagt? Silence, ja, in einen Freeze-Status, wie auch immer, versetzt. Deine Worte zeigen Wirkung. Sechs Flugbolde reagieren wie in Panik. Sie schreien, fliegen im Kreis, scheinen die Orientierung verloren zu haben. Also sie sind nicht Freeze-mäßig, sondern sie sind einfach komplett desorientiert. Gut, Dämonen hören wahrscheinlich nicht so gerne Worte des Herren, ne? Anlegen, Feuer, vernimmst du aus der Nähe. Drei deiner Kameraden haben mit Musketen Position bezogen und es ist ein bisschen wie Tontaubenschießen. Die verwirrten Flugbolde fallen einer nach dem anderen. Mit ohrenbetäubenden Knallen entladen sich die Musketen. Das ist mal schön. Und das Ganze könnte man theoretisch ja sogar nochmal spielen, ne? Also das ist eher so ein Part, klar, da kannst du nicht so viel, du schaltest aktiv keinen aus, aber du verdammst die Gegnerischen, also diese Bandengegner zur Untätigkeit. Also spieltechnisch hieße das, die dürften einfach nicht angreifen. Ja. Ja. Die dürfen nichts machen und das ist durchaus schon mal mächtig. Gerade wenn ihr nachher feststellen werdet, dass wir ja vielleicht auch mal, ne? Wo man sagt, so ja, das ist ein Bandengegner eins. Ja, aber wenn das acht Stück sind, dann ist das schon nervig. Weil dann willst du dir ja nicht vier Aktionspunkte ausgeben, um vier von acht zu parieren. Oder auszuweichen. Ne? Und dann ist so eine Fähigkeit halt schon cool, wenn man sagt, pass auf, ich brabele jetzt ein paar biblische Worte und die vier oder sechs, die machen gar nichts, ne? Die stehen verwirrt da und ihr könnt die dann genüsslich nach und nach wegsnacken. Und die Jägerkräfte kann ich quasi immer wieder wiederholen, je nachdem, wie viele AP ich hab. Genau, da musst du dir dann quasi bei der Jägerkraft immer anschauen, wie, ich sag mal, wie die funktioniert, ne? Ja. Das steht ja bei jeder dabei beschrieben. Okay, das heißt, zwei AP habe ich da jetzt verwendet dafür. Genau, da hast du zwei AP verwendet. Bei Mächtiger Heap war es ja zum Beispiel ganz klar, du musst dafür keinen besonderen AP ausgeben. Aber das greift nur, wenn du mit der Schlagwaffe oder mit einer Schleuder attackierst. Deswegen ist das wichtig, dass man sich einfach nur merkt, was hab ich da. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass man auch mit nicht so vielen Fähigkeiten und Gimmicks und sonstigem startet, sondern das auch nach und nach wächst. Also man kann halt nachher weitere Jägerkräfte freischalten oder manchmal sind die auch so ein bisschen sticky. Dann ist der Effekt der gleiche, aber er wird stärker und sowas. Okay, ja. Das ist nämlich eigentlich nach dem Abenteuer ganz klassisch immer, kriegt man drei Fertigkeitspunkte und zwei Jägerkräftepunkte. Jägerkräfte kosten unterschiedlich viel und drei Fertigkeitspunkte heißt einfach, ich kann drei Punkte irgendwo in meiner Übersicht der Fertigkeiten addieren. Also wirklich super simpel. Wenn du DSA gespielt hast, weißt du, ist das viel komplexer. Du kriegst Abenteuerplätze. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich, als bis hierhin ist das schon entspannter. Ich will jetzt von drei auf vier, was kostet mich das? Und dann will ich noch irgendeine Eigenschaft freischalten, die kostet so zu viel, 100 AP. Also das ist hier alles wirklich schlanker und bedienerfreundlicher, wie ich finde. Ja. Gut, genau. Also, lange Rede, gar kein Sinn. Die Flugbolde holt ja mit vereinten Kräften relativ schnell aus der Luft. Gerade wenn ihr da koordiniert vorgeht und du auch den ein oder anderen da bindest. Immer wieder motivierst und unterstützt du deinen Kameraden mit guten Worten, bis du nicht mehr weißt, wie du sie eigentlich noch aufrütteln könntest. Gelegentlich kreist dein Kriegshammer durch die Luft und nimmt doch den einen oder anderen Flugbold im Vorbeiflug mit. Ein blutiger Kampf, aber erfolgreich. Als der letzte Flugbold besiegt ist, verschnaufst du kurz. Da fällt dir ein, Moment mal. Da war doch noch jemand. Isel. Wieso? Du suchst das ganze Lager nach ihr ab, doch sie bleibt verschwunden. Die scheint stiften gegangen zu sein. Aber etwas findest du noch von Isel. Ein kleines Bündel. Du bist dir ziemlich sicher, dass die Grenzjägerin dieses Bündel bei sich trug und du auch vorhin darauf aufmerksam geworden bist, als dann halt dieser kleine, süße Krötendämon kam. Neugierig schnürst du es auf, guckst, findest ein bisschen wenig haltbaren Proviant und einige Ampullen Waffengift, die du dir wahrscheinlich... Stecke ich mir sofort in die Tasche. Habe ich mir fast gedacht, ja. Loot, klar. Loot. Kannst du ja direkt hier bei den Sachen hinzufügen. Bei Besitz, ne? Genau. Besitz. So. Da gibst du ja einen Plus, dann machst du ein New Item, kannst du... Ah. Waffengift. So, Anzahl, wie viel? Drei Portionen. Yes. Reis. Falls man mal knapp bei Kasse sein sollte, ich frage für einen Freund. Nö. Was das kostet? Ja, ja. Fünf Gulden ist das immer. Meine Einheit wäre fünf Gulden. Okay. Ne, und kann man auf eine Waffe schmieren und wenn es halt, äh, es darf kein wieder natürlicher Gegner, ne, oder ganz viele, manche haben Immunität gegen Gift, äh, und wenn du halt jemanden mit einer vergifteten Waffe triffst, dann käme nochmal der sogenannte Blutwürfel, den wir jetzt schon mal gelesen haben, äh, zum Zug. Ja. Der kann nochmal zwischen null und drei Schaden zusätzlich machen. Okay. Dann kriegt man quasi noch einen Giftschaden. Blutwürfel, ein Blutwürfel dann nur, oder was? Das Blutwürfel, ein Mal. Schaden wäre dann zwischen? Äh, ja, null bis drei. Ach so, ja, null bis drei. Okay. Jo. Oh, hab ich mir notiert. Okay. So, äh, genau. Also, neben dem wenig, äh, einladenden Proviant und den, äh, drei Ampullen Waffengift findest du ein kleines in Stoff gewickeltes Objekt. Deine Neugier gewinnt die Oberhand, du wickst das Objekt aus und hältst wenig später ein Amulett in Form einer Fliege in der Hand. Dazu eine kleine Notiz. Entschuldige, das Amulett ist verflucht. Pius von Piper, Ostpreußen. Schön. Du bist kurz irritiert und spürst dann, wie auf einmal deine Knie weich werden und dir einfach schwarz vor Augen wird. Du glaubst noch, in der Ferne ein hallendes, heimisches Lachen zu hören und brichst besinnungslos in dich zusammen. Danke. Gern geschehen. Das kommt davon, wenn man einfach fremder Leuts Taschen lootet. Was kann schon passieren? Ja, aber das ist das Schlimmste, was passieren soll, außer dass man Fluch auf sich zieht. Aber was sonst? Ich hab ja bestimmt irgendwelche Leute um mich herum, die das gerade gesehen haben, dass ich zusammengeklappt bin, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also man lässt sich jetzt nicht zum Sterben am Fluss zurück. Ja, zum Glück. Ich sag mal so, im Vergleich zu anderen, in denen vielleicht etwas Ähnliches geschehen ist, hast du noch drei Ampullen Waffengift dabei. Wenn dich das tröstet. Ja, auf jeden Fall. Ja, immerhin. Siehst du? Das ist doch schon mal gut. Aber gut zu wissen, dass auch das anderen passiert ist. Ja, so oder so ähnlich, sagt die Legende. Nehmen wir den Flugbold raus. Du hast ihn ja auch rausgenommen. Einige Monate später. Wie so oft betrachtest du das Amulett? Auch nach Monaten übt es eine seltsame Faszination auf dich aus. Auch wenn du inzwischen weißt, dass es verflucht ist. Ja, verflucht. Seit jenen Tagen an der Grenze zur Höllenmark leidest du unter Albträumen, Schwindelattacken und Schwächereinfällen. Du hörst Stimmen, wo niemand spricht. Siehst Bewegungen, wo niemand ist. Warum warst du damals nur so verdammt neugierig? Warum konntest du nicht die Finger von dem Beutel der Grenzhegerin lassen? Natürlich hast du versucht, das Amulett zu zerstören, zu verschenken oder einfach tief einzubuddeln. Aber wie von Geisterhand taucht es immer wieder, kurze Zeit später, in deinem Besitz auf. Du hast Bücher über verwunschene Gegenstände gelesen, Abhandlungen über Flüche von Hexen, Schwarzmagiern und Dämonen. Aber eine Lösung hast du bisher noch nicht gefunden. Schließlich begannst du nach diesem genannten Pius von Piper zu suchen, von dem du nicht mehr weißt außer seinem Namen und Ostpreußen. Du wartest sogar einen deiner alten Freunde in Karlsruhe um Hilfe. Monatelang wartest du auf eine Antwort von ihm. Und dann, du traust deinen Augen kaum noch, als du plötzlich einen Brief bekommst. Mit nervösen Händen öffnest du ihn. Und ich, guck mal, ich kann ihn dir sogar... Oh, ah ja, schön. Schön, oder? Kannst du es lesen? Ja, klar. Ja, okay. Siehst du, das ist der Vorteil an einer Laperin. Die Nicht-Laper-Menschen, die haben teilweise mit diesen Schriften dann ein Problem. Nee, ich habe nur mit der Größe halt ein Problem. So, liebe Frau Schumacher. Darf ich vorlesen? Ja, bitte. Sehr gerne. Okay, liebe Frau Schumacher. Ich darf euch mitteilen, dass euer Anliegen von Erfolg gekrönt war. Es dauerte eine Weile und benötigte etwas Raffinesse und... Aha. Was ist das? Feingespür. 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 Ja, ja, ich muss hier gerade Pixel lesen. Kann ich das kleiner machen oder irgendwie verschieben? Nee, okay. Feingespür, aber schließlich konnten wir einen Pius von Piper ausfindig machen. Er erwarb vor einigen Jahren das damals leerstehende Schloss Angersburg bei Angersburg. Okay, Angerburg bei Angerburg. Genau. Jenis von Piper scheint eine illustre Gestalt zu sein. Pius. Ja. Womöglich ist es für unseren Bund von großem Interesse. Wir fanden heraus, dass es sich um einen Gelehrten von Höchstgerade handelte. Er selbst bezeichnet sich als Arkanologe, ach, als Arkanologe, als Erforscher magischer Gegenstände. Aber er ist auch Astrologe, Traumdeuter und Heilkundiger. Vermutlich ist es in vielen weiteren Feldern der Wissenschaft bewandert. Wir möchten, dass ihr Kontakt zu dem Herrn von Piper aufnehmt und freundschaftliche Bände knüpft. Dazu stellen wir euch formell vom Dienst frei. Gebt eurem Hauptmann dieses Papier. Kehrt danach nach Karlsruhe zurück, wo ihr am bekannten Ort geeignete Ausrüstung für die Reise nach Ostpreußen empfangen werdet. Die Vertriebenen von Baden müssen zusammenhalten. Jetzt und immer da. Freier Ludwig von Böcklin. Das ist ja sehr schön. Ja, das heißt, für dich heißt es Koffer packen und über Karlsruhe ab nach Ostpreußen. Gut. Und dann hoffentlich in Pius von Piper jemanden zu finden, der dich von diesem Leiden befreien kann. Mhm. Noch einmal. Klingt doch hervorragend. Was kann schon passieren? What's the worst that can happen? Ja, das Papier sagt mir, ich kriege Ausrüstung. Doomt. Ja. Das kann noch schlimmer werden, als verflucht zu sein. Ja, daran arbeite ich. Kein Problem. Danke. Ja, liebe Kalia, das war eigentlich schon der Auftrag für deine Mali. Das ist tatsächlich schön. Also, so von der Story her, die Einführung hier und das Spielsystem allgemein, finde ich bis jetzt echt schon geil. Das ist gut, das freut mich. Das ist ein guter erster Eindruck. Ohne Witz, ohne Witz. Also, ja, so, auch von deinem Erzählen und Reden tatsächlich. Also, ich bin gespannt, was denn jetzt die Reise gibt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Werden wir ja dann auch mit aufnehmen und auch zeigen, ne? Ja, sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Dann freue ich mich noch auf dem neuen Abenteuer. Ja. Und ich sage an der Stelle erstmal, bis bald. Bis bald. Dann, bis bald. Dann, bis bald. Dann, bis bald.